Die IP-Schutzart ist auf elektrischen Betriebsmitteln angegeben und beschreibt, wie gut eine Leuchte gegenüber dem Eindringen von Fremdkörpern sowie von Feuchtigkeit geschützt ist. Genau geregelt ist die Schutzart unter anderem in der Norm Schutzarten durch Gehäuse, IP-Code. Oft werden im Alltag die drei Begriffe Schutzklasse, Schutzbereich und Schutzart verwechselt. Bei der Schutzklasse sowie dem Schutzbereich handelt es sich jedoch um völlig andere Produkteigenschaften. Die Schutzklasse beschreibt in der Elektrotechnik die Kennzeichnung von elektrischen Betriebsmitteln in Bezug auf die vorhandenen Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen, um elektrische Schläge zu verhindern. Unter Schutzbereich versteht man Installationszonen in Räumen, in denen es zu erhöhter Luftfeuchtigkeit sowie direktem Wasserkontakt kommen kann. In diesen Bereichen dürfen sich keine elektrischen Betriebsgeräte oder Leitungen mit hohen Spannungen befinden. Die Schutzart besteht im Prinzip aus zwei Teilen. Der erste Teil, das IP, steht dabei sowohl für International Protection als auch für Ingress Protection, also Schutz vor Eindringen. Die darauffolgenden zwei Ziffern geben genauere Auskunft über die Art des Schutzes. Je höher die Zahl, desto höher der Schutz. Die erste Ziffer beschreibt also den Schutz gegen das Eindringen von Fremdkörpern, wie Staub oder Insekten. Bei der Zahl 2 beispielsweise sind alle Anschlüsse und vor allem spannungsführende Teile so geschützt, dass es nicht möglich ist, sie mit einem Gegenstand oder Finger zu berühren, der größer als 12,5 mm ist. Ab der Zahl 4 sollten sich keine Insekten, die größer als 1 mm sind, in die Leuchten verirren können und ab der 5 auch keine Blütenstäube oder Sand das Innere erreichen. Bei 6 ist das Betriebsmittel dann absolut staubdicht. Die zweite Ziffer beschreibt den Schutz des Produktes gegen Feuchtigkeit und Wasser. Zum Beispiel eine Null bei einem Flexband bedeutet keinen Schutz. Es ist wichtig, dass es zu keiner Kondensfeuchtebildung im, auf oder an der Platine aufgrund hoher Temperatur bzw. Feuchtigkeitsunterschiede kommt. Bei der 2 etwa gibt es einen Schutz gegen schrägfallendes Tropfwasser. Leuchten, die eine Schutzart unter IP52 aufweisen, sind beispielsweise nicht ohne Einschränkungen für den Außenbereich geeignet. Ab der 4 ist die Leuchte vor Spritzwasser aus allen Richtungen geschützt. Und weist sie IP66 auf, kann sie mit einem starken Wasserstrahl von Schmutz befreit werden. Dauerhaft untergetaucht werden darf das Produkt ab einem IP von 68. Wo Leuchten welcher Schutzart benötigt werden, ist abhängig von den jeweiligen Umgebungsbedingungen. In einem Wohnzimmer ist beispielsweise nicht mit Feuchtigkeit zu rechnen. Hier reicht schon eine Schutzart von IP20 aus. Anders sieht das beispielsweise in Außenbereichen aus. Isolate empfiehlt, Leuchten mit einer Schutzart kleiner als IP52 sollten nicht in ungeschützten Außenbereichen eingesetzt werden. Erst ab einer Schutzart von IP54 kann eine an einer Außenwand montierte Leuchte auch dem Regen ausgesetzt sein. Achten Sie dabei auf eine entsprechende Abdichtung bei der Kabelzufuhr und den Befestigungslöchern. In manchen Fällen ist jedoch nicht völlig klar, welche IP-Schutzart für eine Anwendung am besten geeignet ist. Auch weil die Schutzart keine Aussage darüber trifft, wie beständig die Leuchte gegenüber UV-Licht, Chlorreinigern in Schwimmbädern, Salzwasser oder auch Ammoniakdämpfen wie in Stellen ist, wenn sie diesen länger ausgesetzt wird. Im Zweifelsfall ist es daher immer ratsam, sich vom Experten beraten zu lassen. Alles Wissenswerte über LED-Beleuchtung Abonnieren Sie unseren YouTube-Channel und verpassen Sie keins unserer LED-Wissensvideos. Untertitelung des ZDF für funk, 2017